Ich mich auch, ne? Und jetzt bleibt Anna... Oh, ne, wie geil. Du bist ja eh untergeregt. Passch mal. Natürlich guckt der nicht auf den Hund. Nee, da haben sie sich doch nicht. Ah! 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 Ah, sicher, das hat doch geklappt. In Ruhe. Mal sagen im Fernsehen. Hinter hinten dran, welches meiner. Oh! 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 Eine, Wir haben gar nicht gefehlt.